Nun, da wir keine Geheimnisse vor euch zu haben müssen, werden wir euch den Plan sicherlich erklären, wie wir das schon vor einigen Stunden Taten, aber Rückfragen sind natürlich immer gerne gesehen. Wir werden von hier aus ganz grob in Richtung Osten aufbrechen, die Reichstraße 1 meiden, soweit es geht. Da wir doch einiges davon gehört haben, dass es verwilderte Überbleibsel und versprengelte Einheiten gibt. Unter anderem soll in Berla wohl ein Exilant leben, ein Jolgo Macamagos. Zwei Mühlen wurde von einem Nekromanten eingenommen und es gibt weitere andere Sichtungen aus Galles, wo wohl ebenso ein, nicht Nekromantin dient, aber ein Torwaler Söldner. Die dann für den Schwarzen Drachen agiert. Wir haben noch einige Probleme mit Sanktaboronia, von dem wir quasi nichts wissen, aber eben auch von der Schwarzen Trollmauer bzw. dem Todeswall. Wir hoffen hier auf die kundige, auf die fachkundige Meinung von Luthisana von Pericum, die ja an dieser Stelle schon den Krieg geführt hat. Wobei ein Altzoll wollen wir dann in Richtung von Wahrung vorrücken. Dort treffen wir auf einen Agenten, der sich seit einiger Zeit dort für uns einquartiert hat und dort spioniert und hoffen dann auf ein Vordringen vorbei an dem Albtraumschloss in die Todespyramide. Vielen Dank. Mir ist noch nicht ganz klar, inwieweit die Posaunen von Pericum dort in den Plan hineinspielen sollten und wie die Zeitplanung hierfür ist. Das ist eine gute Anmerkung. Wir haben, wie gesagt, Eiler von Schattengrund gesucht. Die Rondra-Hochgeweihte, unsere eigenen Rondra-Geweihten, die wir aus dem Swelltal mitgebracht haben, haben sich vor einiger Zeit wohlweislich entfernt, da sie nicht gut auf Luthisana von Pericum zu sprechen sind. Und so sind sie unabhängig von unseren Truppen in die verwilderte Mark vorgedrungen, wie auch die Finstermark. Sie werden sich sicherlich bei Burgraben und einquartiert haben und dort mit Answin, dem Jüngeren, dem Enkel von Answin, dem Älteren, aufhalten. Albrax konnte in Erfahrung bringen, dass sich Eiler wohl in Romilis befinden soll und mit ihrer Hilfe und einigen Abgesandten hoffen wir darauf, dass sie mit einem kleinen Entsatzherr von Beilung aus die Wahrung Kai zurückerobern könnte. Dazu werden die Posaunen von Pericum geblasen, die ehemals vor 1800 Jahren Nebachot einrissen. Und diese Posaunen sollen dann für Wahrung verwendet werden? Dies ist korrekt. Die Wahrung ist eine schwer einzunehmende Stadt, da der Molchenberg doch recht hoch ist und die Einnahme eines solch abschüssigen Terrains nur mithilfe von göttlicher Macht möglich ist, da wir vor allem auch gegen erzdämonische Wesenheiten kämpfen. Zudem ist die Stadt nicht nur mit einer Magiakademie ausgestattet, sondern eben auch mit verschiedenen anderen Entitäten. Ich denke da vor allem an den finsteren Alchemisten Alurus Mangraith. Ja, von dieser Person habe ich in der Tat bereits gehört. Nun, ich denke nicht, dass ich und meine Gefährten euch eine große Hilfe bei eurer Reise sein würden. Uns fehlen die Fähigkeiten, wirklich unauffällig zu bleiben. Ich denke, mit Hilfefexens werdet ihr weiterkommen, als wir es können. Ihr meint, dass ihr euch als Pfeil des Lichts nicht tarnen dürft? Unter anderem, ja. Es sei denn natürlich, ich bekäme den ausdrücklichen Befehl dazu. Ich denke tatsächlich, dass wenn ihr in Gerrit vorsprechen solltet, vielleicht ist ja der Zwerg, dem ihr dient, vielleicht steht es ihm zu, dass er euch einen Dispense, einen Erlass gibt, mit dem ihr euch tatsächlich tarnen könntet. Das bezweifle ich nicht, denn wenn es die Mission erfordert, bekommen wir tatsächlich Dispense. Ich denke allerdings auch an meine Gefährten, die alle nicht, verzeiht mir diesen Ausdruck, besonders fexensnah sind, was jetzt Heimlichkeit und so angeht. Ich denke, schleichen, sich verstecken, all diesen Fertigkeiten, auf die man zurückgreifen kann, vor allem aber entsteht eine Tarnung erst im Kopf. Und solange sie nicht zurückgeblieben sind, verzeiht mir den Ausdruck, ist es definitiv möglich, sich anzupassen. Das sind vor allem moralische Bedenken, die man hat, wenn man mit der Varunkay oder auch mit dem trans-jusilischen Reich konfrontiert wird. Aber all diese Fähigkeiten könnte ich euch unter Umständen beibringen, so ihr denn gewillt seid, uns zu begleiten. Nun, wir haben natürlich noch unsere eigene Mission hier erst zu erledigen. Meine Frage bezüglich der Posaunen von Pericom bezog sich darauf, wann ihr Eila zu kontaktieren sucht und wann dieses Ersatzherr, Entsatzherr gesendet werden soll. Das Entsatzherr wird aus der Finstermark, aus der wilden, verwilderten Mark rekrutiert und all diejenigen, die sich dann unter Eila dem Schwert der Schwerter rekrutieren lassen und dann gewillt sind, von Romilis aus aufzubrechen, dann über Pericom zu reisen und entweder per Schiff oder über die Trollsacken zu gehen, die mögen dann in Beilung nach Norden vorstoßen. Wie viele Personen dies nun letztendlich sind, können wir noch nicht sagen, aber es soll ja auch nur eine weitere Methode sein, um dann letztendlich den schwarzen Drachen abzuhalten. Was ist mit dem Heer, das hier im Wald lagert? Soll es irgendwann nach Wahrung vorstoßen? Auch dies steht zur Diskussion. Wir sind erst seit einigen Tagen wirklich fest hier stationiert. Da wir vorher noch in Greifenfurt und in dem Weidenschen Land unterwegs waren, wir versuchen vor allem, die Nekromanten hier zu binden, damit sie nicht in Richtung Süden, Richtung Garad vorrücken. Von hier aus können sie, solange wir hier stehen, nicht weiter. Sollten wir Wehrheim allerdings erobert haben, dann können wir von hier aus entweder in die Warunkai und ins Trans-Sylische Reich vordringen oder aber wieder zurück ins Zwelltal. Gut, langsam wird die Sache ein wenig klarer. Es hört sich nicht so an, als ob das Endsatz her von Beilung aus möglichst bald aufbrechen soll. Was sind eure Pläne bezüglich des Schwarzen Drachens, nachdem der Teil seines wahren Namens herausgefunden wurde? Habt ihr vor, ihn irgendwo zu stellen? Es kommt darauf an, wie unsere Magier dann letztendlich vorgehen wollen. Ich selber als Zwecksgeweiter würde mich nicht erdreisten, ihn zu stellen, ihn zu fordern. Aber all das wird sich sicherlich aufklären, wenn Wehrheim unser ist und dieses Kapitel abgeschlossen ist. Und dann fürchte ich, müssen wir einfach Satina für uns arbeiten lassen und die Dinge ihren Lauf nehmen lassen. Das denke ich auch. Die Zeit wird zeigen, was am Ende passiert und wie wir den Schwarzen Drachen besiegen. Dann habt Dank für eure Hilfe. Ich hoffe, dass sich unsere Pfade wieder treffen. Wenn ihr mögt. Er verbeugt sich tief vor dir. Und auch die Fecksgeweiterin wird ebenso sich verbeugen. Ja, dann nicke ich den nochmal zu und kehre zu meinen Gefährten zurück. Gut. So, wie geht's weiter? Ja, ich komme ins Zelt wieder zurück. Ihr seid schon wieder am Trinken. Ungeheuerlich. Es ist nicht die Zeit dafür. Wir müssen frühmorgens los oder heute Abend noch los. Aber wir sind immer noch am Trinken, nicht schon wieder. Das ist was anderes. Das ist wirklich, Harald. Du solltest den Unterschied langsam geben. Richtig. Wir hören gar nicht erst auf, damit wir nicht wieder anfangen müssen. Äh, das ist Semantik, nicht wahr? Nun, wir haben kein Zeichen. Habt ihr alles vorbereitet? Also, da wir immer noch Proviant haben, musst du den nur in deinen Rucksack tun. Und dachte, so erwachsen bist du, dass du das selber hinkriegst. Ich kann man nicht alleine lassen. Nun gut. Ja, ich packe dann meine sieben Sachen. Ach, ich habe diese Zwerge jetzt noch jetzt nach. Sekunde. Ich renne hier raus aus dem Zelte. Mit dem man irgendwo hinzufahren ist ja schlimmer als... Boah, jetzt steh uns bei. Ich packe schon mal unsere Sachen, Karino, ne? Pack uns das Fleisch ein, ne? Ja, lass mich da helfen. Ach, setzt euch hin, setzt euch hin. Ich mach das eben. Ich hab jetzt eh einen drin, jetzt ist auch egal. Nun, dann würde ich meine unsere Karino-Sachen bereit machen. Ja, in der Zwischenzeit komme ich auch wieder dazu. Isaruna, habt ihr eure Sachen schon gepackt? Äh, nein. Wollt ihr auch eine Wurst? Äh, ja, gerne. Ja, gut. Ich packe gerade das Fleisch ein. Möchtet ihr den Schinken oder die Wurst? Ich packe euch beides ein, ne? Ich packe euch auch beides ein. Ja, danke. Sehr vernünftig. Ich hab sehr viel Fleisch mitgenommen. Also wir wollen heute noch aufbrechen. Sobald wie möglich. Aber Abel mir schon wieder seine Schwarzmagier-Kollegen beglücken oder sowas. Das war ja gar nicht was von Zwergen. Apropos Schwarzmagier. Wusstet ihr eigentlich, äh, ich hab jetzt von, von den anderen Säugnungen, hab ich eine ganze Menge über Mirona erfahren. Die ist ja schon ein bisschen länger. Ich tue jetzt mal so, als wüsste ich, wer das ist. Ach so, die. Natürlich. Ja, die Frau. Genau. Ach, Afim. Das ist die, äh, die Nekromantin, die hier unten in, äh, Wehrheim sitzt. Hier direkt, äh, südlich von uns. Die uns die ganzen Sklattel in der Nacht auf den Hals schützt. Ah. Ach, die bringen wir bestimmt noch um. Gar kein Problem. Ja, aber sie ist eine von den, von den blutigen Sieben. Bringen wir trotzdem um. Was ist das? Das sind die, äh, Säugner, die, der finstere, äh, Obräunor ausgerufen hatte, um die Sieben Gezeichneten zu stürzen. Das heißt, sie war die Anführerin von denjenigen, die die, äh, Sieben Gezeichneten stürzen sollte. Versteht ihr? Wie viele bescheuerte Säugner haben sich dem Feind eigentlich angeschlossen? Der Kling. Zumindest ein Sieben, würde ich sagen. Ich dachte auch, das wäre irgendwie, einfach nur irgendeiner, aber, äh, scheint wohl tatsächlich ziemlich wichtig zu sein. Das hat schon damals, äh, äh, gegen die, gegen das Tier gekämpft, das Auge und, das, das Zeichen und so. Ja, aber die Sieben Gezeichneten haben es ja geschafft. Also so tough kann die Frau nicht sein. Ja, schon, aber, äh, immerhin hat sie Ihnen, äh, einiges an Probleme bereitet. Ach, du machst dir Sorgen um Dinge, die gar nicht so schlimm sind. Ein weiterer Annahme auf der Liste von den Leuten, die dringend Boron begegnen sollten. Oh, sie wird Boron nicht begegnen. Und das ist kein, äh, die Schuld von, von ihr selbst. Sehr vernünftig, so. Ich will jetzt nicht pessimistisch sein, aber, äh, es ist ja nicht so, dass die, äh, dass die G7 es überlebt haben, sondern es ist ja eben so, dass die, die blutigen Sieben, die, die Gegengezeichneten, äh, sie leben immer noch. Und so sehr sich die, die anderen bemüht haben, sie zu besiegen, ist es ihnen auch nicht gelungen. Und von der einen oder von der anderen Seite gesehen. Ja, wirklich? Also, die sind alle noch am Leben? Äh, ja, wenn ich das richtig mitbekommen habe, schon. Was mach, nie, der Volk ist so. Ich weiß nicht, was sie machen. Wir sind verschwunden. Aber, äh, diese Merona... Ach, wenn sich nicht, welche Erdhöhlen hocken, dann wundert mich das nicht, dass die noch leben. Die Merona ist ja zum Ende wieder aufgetaucht. Ja, gut. Also, das nächste Mal, wenn wir, äh, keine wichtige Mission haben, ist das meine wichtige Mission. Böse Nekromantin. Ich sag, und dann kannst du dich auf ein Zeichen, äh, oder auf, auf eine Stufe stellen mit, äh, dem G7. Äh, so vermessen wäre ich nicht. Aber noch andere Menschen. Äh, das mag schon sein, aber. Oh, die waren aber schon ganz gut unterwegs. Waren ja nicht mehr Menschen. Ja, ich hab sie einmal von Weitem gesehen. Äh, jedoch bestimmt auch, Raffin. Oh, ich, äh, muss zugeben, dass ich... Also, bestimmt, ja, keine Ahnung. Ich erinnere mich nicht mehr so und so viel. Na gut, es war auch ein ziemliches Schlachtgetümmel. Mich haben wir in Xolosh besucht. Tatsächlich. Na gut, warum auch nicht? Bist ja, Hochkönig der Zwerge, da kann man dich auch mal besuchen. Aber ich dachte, man könnte auch in Xolosh gar nicht rein, oder nicht? Äh, normalerweise, normalerweise nicht. Normalerweise können da nur Zwerge rein, aber... Ich wollte euch sagen, die Zwerge haben doch schon ganz schön auf dem, äh, haben doch schon ganz schön mit dem Hammer auf den Tisch gehauen. Vernünftig. Naja, wie gesagt, ich wollte euch das nur mitteilen, dass das nicht irgendeine ist. Wir werden aufpassen. Aber nun, was gibt es für einen schöneren Wettbewerb, als wer schlägt die meisten Papiererschädel ein? Ich würde mich einschreiben, so ist es nicht. Und ich kenne mindestens 49 andere, die auch dabei sind. Aber noch sogar ein paar mehr. Ja, also wenn wir die große, böse Nekromantin sehen, bringen wir sie um. Machen wir ein Wachs. Gut, dann, äh, wenn ihr soweit seid, ich wünsche euch viel Erfolg bei dem, was ihr tut. Und wenn ihr Hilfe braucht, ihr werdet mich finden. Sicherlich. Ja, auch viel Spaß bei dem, was du hier machst. Ich weiß nicht so genau, was du machst, aber... Wird schon wichtig sein. Gegen den Schwarzen Drachen kämpfen. Ja, das wäre auch wichtig. Hau für uns ein paar Schädel ein. Richtig. Ja, ja, ja. Habt ihr es mit euch? Ein Rausch. Ja, Chor, mit dir. Da war ja ein Angriff mit dir. Gut. Irgendwas, was ihr tun wollt. Ich gehe davon aus, dass ihr heute Abend noch aufbrechen mögt. Ja, es kommt darauf an, also wie spät genau ist es denn? Es ist schon irgendwie direkt Abend, weil wenn wir jetzt nur noch irgendwie eine halbe Stunde unterwegs sind, bevor es dunkel wird, macht das auch irgendwie keinen Sinn. Ja, ich glaube nicht. Die Frage ist, ob wir nicht vielleicht nachts den Fluss überhaupt queren, somitens. Also, ihr könnt mal davon rechnen oder davon ausgehen, dass es jetzt so 17 Uhr ist, kurz vor Sonnenuntergang noch nicht. Aber wir haben ja immer noch Sommer. Also, es ist noch sicherlich ein bisschen Sonne, aber wirklich lang reisen kann man dann nicht mehr. Wir haben ja einige Karten zur Verfügung. Sieht das so aus, als ob wir das noch schaffen könnten, über den Fluss zu kommen, bevor es dunkel wird? Ja, also, einmal, ihr solltet nicht das Mytrails-Feld direkt nehmen. Das ist halt nicht so clever, aber über die Gärna sind das zwei Meilen von hier aus. Achso, okay. Also, das ist halt nicht viel, aber man müsste sich überlegen, wo man dann in der Wildnis kampiert. Wenn es dann keine richtigen Dörfer mehr gibt oder es alles abgebrannt ist, ob man dann einfach in der Wildnis sein Lager aufschlägt oder ob man dann hier noch einmal die Zelte benutzt. Wie breit war denn dieser Fluss? Ich meine, ich war ja auch schon mal in dem Fluss. Wie breit ist der denn? Kann ich mich daran erinnern? Also, da kann man schon durchschwimmen, wenn man keinen Wagen dabei hat. Du kannst es ja selber mal ausmessen auf der Wehrheim-Karte. Kurz machen. Das werden 70 Meter sein. Das ist sportlich. Weiß nicht, was der für eine Strömung hatte? Nicht so fies wie die Darpart, weil da sitzt ja auch vor allem dann der graue Mann drin. Aber hier jetzt gerade in der Flussmündung, da kann man durchschwimmen. Das ist halt schwierig, aber das geht. Glaube ich, dass Abel mir dabei absäuft? Vielleicht finde ich auf eine Stelle, die ein bisschen flacher ist, irgendwie. So eine Furt. So eine Halbfurt. Wie sah es denn jetzt eigentlich mit Aura-Lead aus? Wollten wir da nochmal vorher vorbeischauen? Das würde ich so machen. Wir haben aber hier eigentlich nur gehört, dass der Typ jetzt schon nichts mehr in der Kontrolle hat. Und da dieser Ries, der Typ nochmal mit dem Jarnan rumläuft. Albuin. Albuin da war und die ganzen Relikte mitgenommen hat. Wir wollten trotzdem mal schauen, was der Fernland zu müssen ist. Genau, also spähen wollten wir halt schon noch. Dann würde ich sagen, vielleicht können wir innerhalb des Waldes nach Norden reisen. Und dann ein bisschen nördlich von Aura-Lead die Straße überqueren und von dort aus gucken. Also von hier aus nach Aura-Lead sind es ganz grob 5, 6 Meilen. Das dauert ein bisschen, aber ich sag mal, das könntet hier in einer Stunde reichen. Könnte natürlich auch in Aura-Lead pennen. Ja, und von dort aus dann den Fluss am Morgen überqueren. Ich bin mir nicht sicher, ob es eine gute Idee ist, in Aura-Lead zu benächtigen. Bedenken die Gule in den Wänden. Und die haben wir abgefackelt. Außerdem ist Aura-Lead auch noch unter Kontrolle des Mittelreichs. Das hat mir die doch hier erzählt. Wir können erst mal schauen, vor Ort, was los ist. Ja, und wir sollten auf jeden Fall schauen. Ja, finde ich, bringen wir halt alle um, die uns blöde angucken und dann legen wir uns schlafen. Ein guter Plan. Finde ich auch. Hat bis jetzt ja auch geklappt. Ich würde auf jeden Fall vorher noch im Lager, vor wir aufbrechen, die Zwergen, die Mechaniker besuchen und ihr meinen Prototyp anvertrauen. Ja, kannst du machen. An Groschminia, die Baronen von zwei Mühlen hast du ja kennengelernt. Das ist diejenige, die euch dann auch hier wieder in die Arme läuft, beziehungsweise dann, wenn du ihr den Wagen übergibst, würdest du dann natürlich auch wieder auf den aufpassen. Und dann kannst du den beim nächsten Besuchen. Wir haben hier wieder bei Jarpol. Er reist jetzt wirklich nach Gareth auf keinen Umweg. Also sie hat nicht vor, jetzt aktuell aufzubrechen. Sie würde erst mal hier bleiben und weiter schanzen. Nun gut, falls nicht in Gareth, also nicht, falls nicht in Gareth, dann in Gareth oder irgendwo anders. Ja, also wenn sie von hier aus wieder aufbrechen wird nach Angbar, dann würde sie vorher den Wagen in Gareth wieder abliefern. Das kann sie auch versprechen. Wunderbar. Ja, ich würde mich bedanken und verabschieden. Und zurück ins Zelt, mit einer sieben Sachen packen, drei Käse einpacken und eine Wurst und dann ist gut. Gut. Dann brecht ihr auf in Richtung Aura-Lead. Ihr habt den Weg ja schon einmal angetreten, allerdings unterirdisch, als ihr in den Gängen der Zwerge nach Norden gebrochen seid, mit dem Kopf eingezogen, so ein bisschen gegangen. Ihr habt doch auf alle Fälle dann beim letzten Mal den Weg unterirdisch angetreten. Und jetzt könnt ihr auf der rechten Seite die kleinen Hügel erkennen, die hier dann das Land so ein bisschen aufrauen. Ihr habt ja auch dann hier gemeinsam das allererste Mal gegen die Drachenreiter gekämpft. Ihr erinnert euch, als ihr mit Pferd und Jalan dann angeritten seid und Ömer den Pfeil in Richtung von Varena von Mersin geschickt habt. All diese Geschichten, all diese Begebenheiten kommen euch wieder hoch. Und auf der linken Seite könnt ihr dann immer noch den sehr tiefen, finsteren Schädel weiterkennen, durch den ihr auch dann gekommen seid. Und da dann die roten Mond-Infanteristen begegnet habt. Ja, es dämmert bereits, als ihr dann die Bandstrahlerburg Auralet erreicht, die wie immer dann umschlossen ist, eine große, ja Stadtmauer ist das nicht, aber eine große Burg. Und die Flaggen von Pryos, die Flaggen der Bandstrahler, wehen auch hier wieder im Wind. Von Ghulen oder von zerfressenen Körpern auf den Mauern könnt ihr zumindest nichts erkennen. Aber wohl einiges an Lärm von wenigen Söldnern im Inneren. Wenn ihr dann näher und näher kommt, dann könnt ihr auch sehen, dass keine Bandstrahler, aber irgendjemand Bewaffneter steht wohl auf den Zinn. Kann ich erkennen, wer das ist? Also haben die irgendwelche Wappen oder, keine Ahnung, Signalfarben von einem berühmten Söldner-Banner an? Äh, nee, haben sie nicht. Es sieht wohl eher so aus wie einfache Söldner, die sich kein eigenes Wappen leisten konnten, die jetzt für wenig Gold angeworben sind, damit sie jetzt hier die Mauern bemannen. Vielleicht wieder Bauern oder Glücksritter. Kann man abschätzen, wie viele jetzt etwa sind? Also so das, was du jetzt siehst auf den Mauern, das reicht nicht aus, aber du siehst so 10, 12 verschiedene Gesichter, die aus der Entfernung dann nach euch versuchen zu starren. Aber je nachdem, ob ihr die Straße benutzt oder dann euch ein bisschen abgetarnt in die Hügel habt, kann man da mehr oder weniger erkennen. Also es sind nicht viele. Nun, wie es scheint, haben wir die Möglichkeit, diese Söldner zu kontaktieren und dort zu übernachten oder hier im Freien. Ich sag, Ruhn, jetzt geh doch mal da hin, sag, ich bin ein Pfeil des Lichts und im Namen Pryos macht das Ding auf, dann gucken wir halt, wie die reagieren. Vielleicht sollten wir etwas diplomatischer vorgehen. Das war doch sehr diplomatisch. Im Namen Pryos. Also da kann doch wohl kaum einer was dagegen sagen. Nun ja, wir könnten ihnen vielleicht eine Bezahlung anbieten, damit wir dort übernachten dürfen. Eine Bezahlung? Aber wir... Nun ja, sie sind vielleicht nicht die Besitzer, aber zumindest die momentanen Besitzer, könnte man sagen. Sind nicht die Besitzer, aber die momentanen Besitzer? Aber mir hört euch doch mal selber zu, ihr werdet schon ganz verwirrt auf euren alten Tagen. Ich hab Besitzer, aber das ist egal. Nun, ich schlage trotzdem eine etwas diplomatische Lösung vor. Vielleicht schicken wir Keras nach vorne. Das ist die Burg Auralet, also das ist eine Bandstrahler Burg, die haben die Flaggen hängen lassen, wenn diese Runde jetzt hinläuft, dann haben die das Tor aufzumachen oder die kriegen was gewatscht. Oder hab ich unten recht, diese Runde? Nun ja, Bandstrahler ist nicht gleich Bandstrahler. Manche sind tatsächlich auf Magier etwas sehr verschnupft. Ja, aber das sind ja keine Bandstrahler. Das soll mir aber egal sein. Ich werde dort trotzdem hingehen. Wenn ihr möchtet, könnt ihr zurückbleiben, ihr könnt mich aber auch gleich begleiten. Ich komm mit. Das wird lustig. Denk wirken, alle mitkommen. Das macht den besten Eindruck. Von allem dann drauf zugehen. Ja, Wind und Wetter haben den Mauern von Auralet wohl einiges zugesetzt. Ihr könnt die Steine erkennen, die so eine dunkle Patina haben. Einige Gebäude in der Vorburg sind leer oder halb verfallen. Umso prächtiger wirkt dann das goldgesäumte weiße Banner, was man auf den Turmspitzen dann erkennen kann, die da im Wind flattern. Die Bandstrahler, die jetzt hier zumindest noch behaupten, dass ihnen diese Burg gehört. Gegrünt wird die Anlage von einem Dritten mit der höchsten Festungsebene, der Sonnenburg, von den drei goldenen Kuppeln aus. Die übrigens wohl auch so ein bisschen abgerissen sind. Schneeweiße Prajus-Tempel, eine Werkkapelle, Schrein mit dem hochheiligen Bandstrahler. Gilbon von Punin, der hier wohl eine Werkkapelle errichtet hatte mit Schrein und den übrigen Heiligen der Prajus-Kulte wieder wehren. St. Gilborn, St. Adar, Aldeck. Also ihr könnt dann die Vorburg betreten durch das Tor und seht dann auch, wie Männer auf euch zukommen. Teilweise in braun gekleidet, teilweise in grau. Abgerissen vielleicht Deserteure, die dann an den richtigen Stellen ihre Siegel abgerissen haben. Bewaffnet mit hellen Bahnen. Äh, Alde, im Namen von Hauptmann Greifax, was tut ihr hier? Ja, ich bleibe stehen. Die Hand locker am Schwertknauf. Prajus zum Gruße. Bitte bringt mich zu eurem Kommandanten. Äh, wer seid ihr denn? Major Marga Isarun von Spurgelsen. Pfeil des Lichts. Äh, ihr seid ein Zauberer, oder? Richtig, ich bin eine Gildenmagierin. Und die anderen? Die sind meine Gefährten, Irognaden, Iaras Karinor, äh, der Ritter Rafim und, äh, Adeptus Maior Abelmir Jamorenis. Zu euren Diensten. Habt ihr Termine, oder sowas? Sehen wir so aus, als ob wir einen Termin hätten. Wir sind gerade erst angekommen. Guter Mann, macht euch Beine. Ich will mit euren Kommandanten sprechen. Arik, die wollen da rein. Mach mal das Gelbord drauf. Okay, Herr Zwirn. Ihr könnt das dann vor euch rattern hören und wenn ihr dann links über euch dann seht, wie das Tor aufgezogen wird zu den der ersten Vorburg, könnt ihr dann durch das prachtvolle Fries treten, ähm, ja, glorifizierte Helmdaten von dem Heiligen Gilborn, die dann hier links und rechts geschmückt werden, könnt dann auf den Zwischenhof treten, ähm, was vielleicht sowas wie eine wehrfeste mal war, über so eine Rampe, höher gelegene Sonnenburg, könnte man dann erreichen. Die Verteidigung, die Geschützstellung, ja, also gebrannt hat es hier wohl nicht, auch wenn ihr dann damals mit Raphim dann hier die Thronkrüge zerborsten habt im Keller, aber sie hat schon gelitten durch Angriffe. Was genau das war, wisst ihr natürlich nicht, aber seit eurem letzten Besuch ist hier schon auch wieder einiges passiert. Und wenn ihr dann zwischen den Thoren durchtretet, könnt ihr dann auch nach einiger Zeit erkennen, wie ein Bandstrahler auf euch zukommt. Tatsächlich dann auch mit dem Wappenrock, mit euch so ein bisschen an Jalan, mit den Abzeichen eines Hauptmanns. Er stellt sich dann auch vor euch hin, mustert euch, geht ins Stillgestanden, hebt seinen Arm zum Gruß. Ob mal Greifwax, melde mich wie befolgen. Er macht es einen schönen Tag. Er macht es einen schönen Tag.